ja leute willkommen zurück wir sind mitten im spiel stream ist leider komplett abgeschmiert ich werde es jetzt einfach als live commentary hochladen mit highlights und so das kann ich wenigstens schneiden auch aber keine ahnung was jetzt mal die server mein router es hat nichts funktioniert sehr sehr schade dass es so gelaufen ist aber wir sind in der gleichen lobby und wir haben auch keine punkte verloren mein router habe ich neu gestartet jetzt scheint es wieder zu gehen keine ahnung was da los war also ich hatte bei dem ersten test bei meinem ersten connection test irgendwie 100 kabel oder so und als ich neu gestartet habe mein router war ich dann wieder bei 500 mbit oder so pro sekunde sollte jetzt also behoben sein also keine ahnung was das war das ist jetzt im stream leider passiert ist aber ja ist manchmal so die technik ist nicht unser freund heute abend habe auch diesen katastrophen stream schon gelöscht wir haben ähnlich viel verpasst deswegen ist das jetzt nicht so eine große dramatik würde ich mal sagen weil wir haben jetzt gerade auch ein schön eine schöne hand gewonnen mit einem sechser paar vorhand und sind jetzt entsprechend auch bei 14k was sehr schön ist und werde dann ja highlight sage ich mal zusammenschneiden und das ganze als video dann gestalten ein bisschen Da wird geraced, 800, hat 6, hat 9, komm, Big Blind wurde eher erhöht, die 200 legen wir noch drauf, hat 6, hat 9, damit kann man denke ich arbeiten. Ja schade, hat die ein Glück, dass die noch im Spiel ist, diese hässliche, komische Gestalt. Ja, ich denke, das ist ein Glück, das ist ein Glück, das ist ein Glück. Mhm, 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 mhm. Oh? Haha. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm. Hm. Hm. Ja, ja, ja! Ja, ja! Hm. Hm. Haha. Entscheidender Moment hier. Wir haben sie komplett abgezogen. Die ist so dumm mit all in die ganze Zeit und blufft und hat nix und bin ich froh, dass diese hässliche Missgestalt endlich draußen ist. Ey mein Gott, das ist hier ein hin und her die ganze Zeit. Werde euch jetzt wahrscheinlich zwischendrin auch wahrscheinlich kommentarlos 10 reingeschnitten haben, die ganz cool waren, so 1, 2 mittendrin. Aber natürlich werde ich euch nicht das ganze Turnier zeigen. Ist ja dann langweilig, das als Video sich eine halbe Stunde reinzuziehen. Werde es wie gesagt kompakt zusammenschneiden. Und dann schauen wir einfach mal, wofür es am Ende reicht. Wir gewinnen einfach mit der High Card. Das kannst du gar nicht mehr erzählen. Hahaha. Jetzt haben wir doch ein bisschen Glück auf unserer Seite, was ganz schön ist. Platz 3 ist sicher. Ja, der 2 ist sicher. Ja, 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 ja. Ah, ja. Oh ja, ja. Oh, da! und das ist der entscheidende Moment gewesen, Leute, wir gewinnen das Turnier im River mit einem Drilling, mit Siebenern gegen diese ekelhafte, dreckige Mistgestalt dort, mein Gott, war das ein Hin und Her aber wer hatte das gedacht, dass wir das noch drehen und für uns entscheiden, auf Platz 1 oh mein Gott wir haben es, Leute, wir haben es, ich hoffe ihr wisst zu schätzen, dass ich das Ganze noch so Highlight mäßig zusammengeschnitten habe haben ein paar Tagesziele vervollständigt Wochenziel haben wir 17 von 50 Händen gewonnen und wir sind mit diesem Sieg in der Goldliga jetzt bei sage und schreibe 1138 Punkten und haben uns damit ja das Ganze auch verdient hier zu festigen dieser Sieg schmeckt sehr, sehr gut hoffe euch hat es gefallen Daumen hoch, wenn dem so ist und dann hoffentlich ohne technische Schwierigkeiten wieder im Laufe der nächsten Woche mit dem ein oder anderen Stream macht es gut, einen schönen Sonntagabend noch euer Raisi, bis dann und tschau tschau aus als Untertitelung des ZDF für funk, 2017